Neue Details zum Transferdesaster des FC Bayern Am Ende der Transferperiode herrschte beim FC Bayern München Chaos. Der Fehler kann sich auf viele Schultern ausbreiten. München, vor wenigen Tagen ereignete sich das Transferdesaster des FC Bayern. Dennoch ist der Black Friday des deutschen Rekordmeisters in der Deutschen Fußballrepublik weiterhin ein heißes Thema. Daran ändert auch der jüngste 2-1-Auswärtssieg beim Erzfeind Mönchengladbach nichts. Und natürlich geht es auch um den Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß, 71. Der Kader in der Bayern ist zu klein nachdem sich Vorstandschef Jan-Christian Dresen, 56, Rainer Thomas Tuchel, 50, und Präsident Herbert Heiner, 69, am Wochenende in zahlreichen Fernsehauftritten zu dem Thema geäußert hatten. Können ist am Montag bei der SZ einen weiteren Fahrplan für den Transfer angeboten, wenn es keine Ausnahmen gibt? Sollten wir uns in Zukunft nicht mehr die Mühe machen, am letzten Transfer-Tag zu handeln. Wir lachen oft über den Zeitpunkt. In dieser Saison. Nach dem letzten Freitag lachen viele über den FC Bayern, aber der Trainer hat wahrscheinlich Lust, noch mehr zu weinen. Tuchel brodelt, auch wer er offen versucht, ruhig zu bleiben. Kein Wunder, mit einem 23-köpfigen Kader, der Runde drei Torhüter, haben die Münchner den kleinsten Kader der Bundesliga. Zum Vergleich, die Mannschaft von Borussia Dortmund besteht aus 30 Spielern. Welche Mitschuld hatte Thomas Tuchel? Aber die Wahrheit ist, dass auch Trainer ihren Anteil an diesem Schlamassel haben. Es ist bekannt, dass Pemper war, 27 Jahre, den Verein verlassen will. Tuchel hofft jedoch, den Franzosen irgendwann davon überzeugen zu können, zu bleiben und einen Teamkollegen an der Hand zu haben, Hoeneß mit dieser Persönlichkeit. Erst als der Verteidiger nach Tegernsee reiste, um persönlich einen Wechsel des Ehrenpräsidenten zu beantragen, wurde seine Entscheidung allen bekannt. Kurios, die Münchner Entscheidungsträger kannten die Absichten des Spielers bereits im Frühjahr. Bauer äußerte seine Idee des Wechsels im Dezember öffentlich. Umso überraschender ist es, dass auch Josip Stanisic, 23, nach Leverkusen versetzt wurde. Die Zukunft des kroatischen Nationalspielers gehen die Meinungen in der Arbeitsgruppe auseinander. Am Ende hieß sein Berater Timur um Dieter Hoeneß, 70, seinen Klienten in Leverkusen willkommen, und die Münchner verloren innerhalb weniger Tage zwei Verteidiger, Innenverteidiger und Rechtsverteidiger zurück, die sowohl oben als auch hinten spielen konnten. Neue Informationen zum Transfer des Erste FC Bayern Das war schon einer der Gründe, warum Joao Cancelo, 29, Barcelona, plötzlich ein Comeback hatte und die Bosse es noch einmal mit Galvoka, 33, versuchen wollten. Doch der Verteidiger hat sich schon vor längerer Zeit entschieden, seinen Vertrag bei Manchester City zu verlängern. Bei Trevo Chaloba, 24, Chelsea, gab es in der Kommission Zweifel, so dass man diesen Spieler einfach ausleihen wollte. Erst am letzten Tag der Transferperiode war Chelsea bereit, ihn gehen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt gilt die volle Aufmerksamkeit der Transfer-Task-Force Joopal Hinha, 28, Full-Rum FC. Die Nummer 6 dürfte im Januar erneut ein Thema sein. Bundesrekord-Nationalspieler Lothar Matthäus, 62, fasste in seiner Sky-Kolumne das Transfer-Miss-Erfolg so zusammen. Grundsätzlich sind die Bayern zu aktiv auf dem Transfermarkt, transportieren zu viele Namen in die Außenwelt und streiten sich darüber mit den Leuten um sie herum. Die Welt Die Welt